Okay, klar. Lückt. Los, aber halt deinen Kopf unten. Das dürfte nicht passieren. Okay, gehen wir. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Bruder. Hey, Kleine. Ich kann ja nicht lang. Du wirst mir helfen müssen. Kannst du nicht rüberfliegen oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeugler. Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Lies bloß nicht meine Gedanken und denk an nichts Gruseliges, wenn wir jetzt nicht quitt sind. Okay, Mann, jetzt raus. Ich mach das. Ich dachte, Polizist sei ein sicherer Job. Ich mach das. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Die Vergehensweise ändert sich bei jedem Ort. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Leute beliebig, unzusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Die Vergehensweise nicht. Die Vergehensweise nicht. Okay. Du hast sie geheilt. Die Krankheit in ihrem Kopf. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt ist es halt ihr vermeint. Die Krankheit in ihrem Kopf. Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxter's? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich rein kann. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Kops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Sie haben eine neue Nachricht. Ich muss nicht weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ja. Ich muss weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, da muss ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich sag's besser dem Mädchen. Ich glaub, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenn ich. Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich seh hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! 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 Nicht anleihen. Wir müssen einfach unseren Job machen. Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Cop, den du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr sagt? Los, los, los. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr sagt? Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich will nicht sagen, was er dachte. Dieser Arf von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Was ist für alle hart? Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder, Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab was ich brauche, also. Hey, wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Tja, ich schuld dir was. Scheiße. Tja, ich schuld dir was. Tja, ich schuld dir was.